Was sind die richtigen Forderungen, die einerseits den Ausweg weisen aus der Finanz- und Wirtschaftskrise? Und was sind die Zeit, die gleichzeitig in der Lage sind, die Leute dafür zu mobilisieren? Das ist eine sehr allgemeine Frage und ein ziemlich ehrgeiziges Ziel, finde ich, für den heutigen Abend, wenn wir das erreicht haben, dann gehen wir alle ganz glücklich nach Hause, bin ich ganz sicher. Ich habe selber mir so eine Liste gemacht an Fragen, die ich alle abarbeiten will, aber ich wollte erst euch dreien erstmal die Gelegenheit geben, wo die Prioritäten in genau dieser Frage eurer Meinung nach sind und würde Willi bitten, anzufangen. Das muss ich nicht so laut schreien. Herzlich gegrüßt, vielen Dank für die Einladung. Ich will nochmal ganz kurz auf die Situation hier in Hessen eingehen, weil ich will deutlich sagen, ich will Sarah Wagen nicht ersetzen, das war noch nicht die Absicht, kann ich auch nicht, weil ich nicht mal das hübsche Aussehen habe. Das will ich nur vorweg argumentieren. Ich bin aber bei Ihnen da, das ist nicht so tragisch. Also, es geht mir darum, dass wir zunächst einmal einen Blick darauf werfen, wie sich hier in Hessen die Landschaft entwickelt hat. Wir hatten ja im letzten Jahr, im März, die Volksabstimmung über die Verfassungsänderung in Richtung Schulden, also die Schuldenbremse ist in Hessen mit immerhin 70 Prozent, aber immerhin gegen 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler in die Verfassung aufgenommen worden. Und jetzt sind wir in einer Phase der Umsetzung einer solchen Politik. Das ist im Haushalt 2012 in Hessen noch nicht spürbar, aber jetzt geht die Debatte los, wie man im Grunde genommen diese strangulierenden Elemente einer solchen Finanzpolitik hier in Hessen umsetzt. Ich will nur ein Stichwort sagen, für das Jahr 2012 wurden den Kommunen bereits 344 Millionen Euro aus dem Kommunalen Finanzausgleich einfach herausgenommen. Und dann gibt es jetzt ein Spiel, dass man sagt, wir wieder sehen das Elend der Kommunen. Das ist umfassend, das ist riesengroß. Es sind allein 6 Milliarden Euro Kassenkrediten, die jetzt die Kommunen hier in Hessen aufgenommen haben. Das ist eine ganz beträchtliche Summe. Dadurch, dass Kassenkredite eigentlich im Laufe eines Jahres wieder sozusagen zurückgespielt werden sollen, dazu sind die Kommunen gar nicht in der Lage. Und deshalb hat man gesagt, wir machen mal ein Angebot, wir stellen etwa 3,2 Millionen Euro zur Verfügung, allerdings für 30 Jahre. Das ist eine andere Summe, wenn man 344 Millionen im Grunde genommen in einem Jahr rechnet und dafür für 30 Jahre 3,2 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, ist das natürlich eine Milchmännchenrechnung, weil im Grunde die Kommunen natürlich viel weniger haben werden. Und es sind auch nur 106 Kommunen, die unter diesen Rettungsschirm schlüpfen dürfen, also die Kommunen, die am meisten verschuldet sind, die sich also überhaupt nicht mehr retten könnten. Und die müssen sich natürlich festlegen, dass sie innerhalb der Zeit bis 2020 einen Kurs fragen, der dann zu einer Konsolidierung der Haushalte vor Ort führt. Und dazu gibt es einen Katalog, einen Maßnahmenkatalog, dankenswerterweise hat der Rechnungshof das hier in Hessen zur Verfügung gestellt und der hat alles aufgelistet, was man so machen kann in der Kommune. Also man kann zum Beispiel die Volksbildung einstellen, man kann die Schwimmbadler zumachen, die kann man auch privatisieren, wenn es geht. Das sind alles solche Kataloge, die im Grunde genommen im Zuge einer solchen Konsolidierung, die jetzt von den Kommunen verlangt wird, also nicht nur die einzelnen Kommunen, sondern auch die Landkreise sind da zum Teil betroffen und wird einen solchen Kurs jetzt einfach durchsetzen. Das sind also griechische Verhältnisse, die jetzt sozusagen mit Zustimmung der Kommunen erfolgen sollen. Denn die Kommunen müssen mit eindeutigen Mehrheiten, manchmal zwei Drittel Mehrheiten, sich verpflichten, wenn sie unter diesen Schutzschirm gehen, dass sie diese Konsolidierung auch einhalten. Das heißt, mit Zustimmung der Kommunen kommt das Elend jetzt auf die Bürger unmittelbar zu. Das heißt ganz eindeutig, und wir hatten auch einen Aufstand der Bürgermeister in der Anhörung der letzten Woche, die dann sagen, also selbst wenn ich das alles zumache, sind wir nicht in der Lage, die Haushalte zu konsolidieren. Weil 99 Prozent unserer Haushalte sind festgelegt dadurch, dass beispielsweise die Kommutenträger der ganzen Sozialvorsorge sind, Wohnsicher und auch Wohnbereiche mitfinanzieren müssen. Das sind alles solche Summen, die im Grunde genommen festgezurrt sind. Die Frage ist auch, ob man tatsächlich 600 oder 700 Euro im Monat für den Kita-Platz verlangen kann. In dieser Größenordnung würde sich das bewegen, wenn man im Grunde genommen kostendeckend Kita-Plätze finanzieren muss. Das sind alles Dinge, die jetzt wirklich auf die Menschen zukommen und wo ich spüre, dass wir keine Widerstandskraft entwickeln. Es gibt tatsächlich Proteste der Bürgermeister, manchmal auch der Oberbürgermeister solcher Städte wie Offenbach oder Gießen, die dann sagen, also wir können auch in den nächsten 30, 40 Jahren keinen Konsolidierungsprozess hinkriegen, der dazu führt, dass wir Ein- und Ausgaben auf einer richtigen, vernünftigen Höhe haben. Wir können nochmal die Grundsteuern erhöhen, die A- und B-Steuern, das sind alles solche Dinge, die jetzt schon im Spiel sind, die im Grunde aber immer noch weiter die Bürger treffen werden. Dann geht es an die ganzen Gebührenhaushalte nochmal ran, das heißt die Beiträge bzw. die Kanalgebühren und dergleichen mehr, die Wassergebühren. All das wird sich jetzt schlagartig erhöhen und dennoch ist nicht spürbar, dass wir flächig eine Widerstandssituation haben. Dieses Element müssen wir, glaube ich, nochmal genauer betrachten. Ich glaube, es gibt nach wie vor eine gewisse Protesthaltung, einen gewissen Zorn, aber es gibt noch keine Strategie der Gegenwehr. Es gibt noch keinen Punkt, wo ich sehe, dass die Menschen aufstehen und sagen, das darf nicht sein, wir wollen im Grunde genommen eine andere Politik, denn ansonsten brauchen wir auch keinen Bürgermeister oder irgendwie eine Ratsversammlung zu wählen, weil die haben je nichts mehr zu entscheiden, wenn der Sparkommissar im Grunde genommen sagt, wir haben ja einen Liquidierungskurs oder einen Konsolidierungskurs beschlossen, der im Grunde diese Erwartungshaltung, die die Menschen für ein normales Leben in ihrer Gemeinde, in ihrer Kommune haben, nicht mehr realisieren hilft. Der Punkt ist, dass wir es schaffen müssen, das ist mein Eindruck, dass wir es schaffen müssen, den Menschen Erfolge mit zu organisieren. Dass wir sozusagen aufklären, das ist sicher richtig, Proteste machen, auch in den Teilen, wo wir Zugang haben, da, wo wir die Kraft dazu haben, aber es geht da auch darum, dass wir Schritte entwickeln, wie wir Erfolge für die Menschen sichtbar machen, dass sich Widerstand wieder lohnt. Dann werden sie sich auch bewegen, dann werden sie in den Protesten und Aktionen mitmachen, aber ich glaube, da sind wir erst am Anfang. Es ist noch nicht eine Situation da, ich hoffe, wir kriegen jetzt im Mai ein wenig politische Auseinandersetzungen, politische Präsenz, dass sich sowas in die Massenpolitik hinein bewegt, aber ich sehe noch nicht, dass wir in der Fläche den Widerstand haben, den wir bräuchten, um das zu verhindern, was wir uns vorhaben. Ich möchte als erstes nochmal sehr klar und deutlich umreißen, was ich für die prioritäre Problemlage halte, und das ist das Risiko eines Staatsbanktrotts in Griechenland, in Portugal und möglicherweise in Spanien. Und die daraus folgenden Kettenreaktionen auf die gesamte Weltwirtschaft, auf die betroffenen Gesellschaften, Volkswirtschaften und natürlich auf die Eurozone und die Europäische Union als Ganzes. Ich glaube, das ist im Augenblick jene Krise, die in den vielfältigen Krisen, deren Bedeutung ich überhaupt nicht leugnen will, aber gleichwohl eine Schlüsselkrise ist, ist einfach deswegen, weil wenn sie nicht gelöst wird, werden die Wege, die anderen Krisen überhaupt adäquat zu bearbeiten, ziemlich blockiert werden. Welche Optionen gibt es, um diese Staatsschuldenkrise zu lösen? Im Prinzip gibt es drei grundsätzliche Varianten. Die erste ist die, man versucht, den Euro und die Eurozone in ihrer jetzigen Form und Integrität zu erhalten. Was das bedeutet, kommen wir gleich nochmal. Zweitens gibt es die Möglichkeit des Exits einzelner oder einer Gruppe von Staaten. Und drittens gibt es natürlich die Option, dass der Euro insgesamt verschwindet in Form eines katastrophalen Untergangs oder aber auch als eines gewollten Prozesses, dass man dieses Ding losqueren möchte. Wir jetzt zu den drei Optionen, die es grundsätzlich gibt, ein paar Bemerkungen machen. Erstens die Option, den Euro zu erhalten, die Eurozone zu erhalten. Als erstes bedeutet dies, das müssen wir uns klar machen, eine Vertiefung der europäischen Integration. Das ist eine Frage, von der ich nicht weiß, ob in der Linken alle der Meinung sind, dass das wünschenswert und anstrebenswert ist. Ich lege das einfach mal auf den Tisch, aber es ist eine Frage, die damit verbunden ist, unterliegend sozusagen unter der Frage Rettung des Euros. Zweitens ist dieser Prozess der Vertiefung der Integration bereits im Gange. Und zwar von der Bundesregierung, von der Europäischen Kommission und von einer ganzen Reihe anderer bedeutender Spieler in diesem ganzen Prozess. Und der Fiskaltakt ist eine Form der Vertiefung der Integration. Eine, die wir nicht wollen, eine, die wir zu Recht kritisieren. Aber unter dem Gesichtspunkt Integrationsprozess ist es eine Vertiefung dieses Prozesses und stellt damit im Grunde Weichen auch für die Zukunft, dass dieser Prozess möglicherweise noch weiter geht hin zu so etwas in der Tendenz wie die Vereinigten Staaten von Europa. Wir wollen, und das ist jetzt mein dritter Punkt, ich persönlich und viele, mit denen wir diskutieren, natürlich diese Form der Integration nicht. Wir wollen eine andere Form der Integration. Und da komme ich zu den angeforderten Forderungen oder, sagen wir mal, den Eckpfeilern, wie eine Integration möglich wäre, die keine Integration ist unter Führung der Konzerne, des Finanzkapitals, sondern das soziale Europa, das demokratische und das ökologische Europa. Ein solches Europa müsste, um den Staatsbankrott, den Drohungen mit all seinen Konsequenzen abzuwenden, meines Erachtens fünf Elemente umfassen. Erstens, wir müssten uns dazu bequemen, dass es diese Transferunion, diese berühmte, geben wird, andere nennen das Solidarität, andere reden vom Europäischen Marshallplan, whatever, dass, wie man das nennt, entscheidend ist in der Substanz, dass es einen Transfer gibt in die peripheren Länder und in jene, die sozusagen von einem unmittelbaren Akkord bedroht sind. Das ist das eine. Der zweite Eckpfeiler ist, was man in einem Slogan als die Entwaffnung der Finanzmärkte bezeichnen könnte. Da sähe ich als zwei allererste Schritte das Verbot von Credit Default Swaps, von Kreditausfall und Sicherungen, also die Instrumente, die es erlauben, die Spekulationen, besonders geeignet sind, die Spekulationen gegen die Staatsanleihen der betroffenen Länder zu fahren. Zweitens Hedgefonds, die als Akteure und andere Investitionsfonds, die als Akteure diese Instrumente nutzen, an die Kandate zu nehmen und entsprechend zu regulieren. Und dann natürlich darüber hinaus mittel- und langfristig all die anderen Forderungen, die wir im Rahmen der Finanzmarktregulierung erheben. Ein dritter wichtiger Pfeiler ist eine Veränderung des Statuts der EZB, der Zentralbank. Die Zentralbank muss, um es kurz zu machen, die Rolle erfüllen, für die Zentralbanken erfunden worden sind, nämlich in Notfällen den Länder auf Last Resort, den Kreditgeber der letzten Instanz zu geben. In welcher Form das dann technisch geschieht, ist eine zweite Frage. Da kann man dann diskutieren, ob da Geld direkt an Regierungen gehen soll, ob das über Euro-Bonds gehen soll und so weiter. Aber das sind jetzt sekundäre Aspekte. Der vierte Pfeiler einer solchen Strategie wäre es, anzupacken die Frage der Handelsungleichgewichte, die als unterliegendes und tiefer liegendes strukturelles Problem die Heterogenität, das Auseinanderstreben in der EU befeuern und wie als Katalysator vorantreiben, in Angriff zu nehmen. Und das bedeutet in erster Linie, mit dem Überschuss in der Bundesrepublik Deutschland, vor allem Niederlande, Österreich auch, aber erstmal hierzulande, beginnen müssten. Und in welchen Formen das geschieht, ist dann wieder eine weitere Frage, auf die ich jetzt aus Zeit schon nicht gleich eingehen kann, wenn wir eine Diskussion haben. Und last but not least bedarf es dann einer Erweiterung, einer Vertiefung der politischen Koordination. Denn eine gemeinsame Währung setzt voraus, wenn sie nachhaltig sein soll, wenn sie auf Dauer funktionieren soll und wenn man die Vorteile einer gemeinsamen Währung nutzen will, nämlich geringere Transaktionskosten und im Grunde die definitive Lösung gegen Währungsspekulation zu bieten, wenn man diesen Vorteil sozusagen nutzt, ist es unbedingt notwendig, dass eine politische Koordination stattfindet, in der Tendenz zu etwas wie eine europäische Wirtschaftsregierung. Nun klingt das erstmal als relativ schwierige linke Forderungskatalog, das übliche, was man so in den Papieren dann am Schluss in den fünf oder zwölf Spiegelstrichen schreibt. Aber ich glaube, dass wir Grund haben, dass zumindest ein Teil dieser Forderungen durchaus Chancen haben. Einfach deswegen, weil sie entweder zum Teil schon in der Mache sind, beziehungsweise die Kräfteverhältnisse sich in wachsendem Maße in diese Richtung verschieben. Ich fange mal mit dem Punkt an mit der Transferunion. Der Druck auf die Bundesregierung, sozusagen so etwas zu akzeptieren, wächst. Die Bundesrepublik ist inzwischen weitgehend isoliert in ihrer Haltung, sich lediglich und ausschließlich auf Austeritätspolitik, auf Sparpolitik zu kaprizieren. Das wird von vielen Ökonomen, das wird von der Regierung, das wird selbst vom IWF, das wird von den BRICS, von China und so weiter gefordert. Und innerhalb der Europäischen Union sind ebenfalls wichtige Spieler, wie zum Beispiel französische Präsidentschaftskandidaten, aber auch die SPD und die Grünen auf dem Weg, dieses sozusagen in ihr Programm aufzunehmen. Insofern ist das keine utopische Forderung, sondern etwas, was durchaus auch realpolitisch im Bereich des Möglichen liegt. Und es ist wichtig, dass an der konkreten Ausgestaltung, wie eine solche Transferunion dann aussehen sollte, man ordentlich mit. Heute war in der Financial Times ein langes Interview mit dem Chef von Winko, das ist eine Tochter von der Allianz, eine große Investmentsgesellschaft, und der hat als Modell vorgeschlagen, man braucht so etwas im Grunde wie den Soli, der nach der Wiedervereinigung dazu da war und zum Teil noch immer da ist, diesen Transfer zu leisten. Bei der Finanzmarktdebatte ist die Situation so, dass es dort Ansätze gibt zur Reform. Das Problem ist, sie werden entweder verbessert, sie kommen zu spät. Das System, in dem sie verhandelt und vorangebracht werden, ist zu komplex und zu ineffizient. Und deswegen sind wir noch nicht meine, ich würde sagen, bei 10 bis 20 Prozent dessen, was an Reformen anstrengend notwendig wäre, um den Problemstand auf den Finanzmärkten gerecht zu werden. Kannst du einen Teil der Ausführung in der Diskussion noch anbringen? Ja. Gut, dann nur noch einen Satz. Der Punkt, wo wir im Augenblick die größten Schwierigkeiten haben werden, auch nur einen Schritt voranzukommen, ist die Frage der Ungleichgewichte. Weil das bedeutet, dass wir hier bei uns in Deutschland einen langjährigen, komplizierten und auch schmerzhaften Strukturanpassungsprozess vornehmen müssten. Und ob der im Augenblick politisch durchsetzbar ist, würde ich sehr bezweifeln, weil der Widerstand dagegen bis in weite Kreise auch der Gewerkschaften hinein zu groß wäre, als dass wir dort einen Schritt wollen. Aber dennoch würde ich sagen, am Schluss, es gibt keinen Grund zu glauben, dass die Position der Bundesregierung, dass diese knallharte Fiskalpolitik-Position sozusagen bereits gesiegt hätte, sich durchsetzen würde. Die Kräfteverhältnisse verschieben sich im Augenblick zu unseren Wunsten. Und aus diesem Grunde, denke ich, ist es sinnvoll, an den einzelnen Peilern, die ich eben genannt habe, im Detail zu arbeiten und zu versuchen, ihnen auch politisch zum Durchbruch zu verhelfen. Danke. Ja, vielleicht zwei Sätze zur Analyse. Also was wir gerade erleben, ist natürlich ein absoluter neoliberaler Durchmarsch der Politik und der Interessen des Finanzkapitals in Europa, wie wir das eigentlich niemals gedacht haben, nachdem sich diese neoliberale Politik mit dem Finanzkrach, mit dem Zusammenbrechen der Finanzmarche 2008 völlig vor der Wirklichkeit blamiert hat. Erleben wir heute quasi eine absolute Hegemonie dieser Politik in ganz Europa und ohne, dass der Widerstand, der hier und da in verschiedenen Ländern mehr oder weniger massiv aufflammt, irgendwo gerade in dieser Richtung grundlegend was ändert. Ich glaube, das müssen wir so nüchtern analysieren. Wir hatten gestern den Hansi Urban und den Stuttgart-Vorstandsmitglieder gesagt, es ist im Prinzip eine Strategie der autoritären Stabilisierung und der gefährlichste Anschlag auf die Demokratie seit 1945. Ich glaube, da hat er nicht Unrecht. Er hat gleichzeitig gesagt, dass im Kern eine Politik verfolgt wird mit dem Ziel, das Vertrauen der Finanzmarche zurückzugewinnen. Sprich, die Finanzmarche diktieren im Prinzip die europäische Politik und die diversen Regierungen müssen sich unterordnen und sie werden so eingezäunt, dass sie keinerlei Spielräume mehr haben als die Unterordnungen dieser Politik. Und es geht so weit, dass quasi das Souverän, das Volk im Prinzip als unzuverlässig bezeichnet wird und die Verträge und die Aushandlungsprozesse oder die Diktate so gemacht werden sollen, dass es völlig egal ist, was die Leute noch wählen. Keine Regierung soll eine andere Politik machen können als diese völlige Unterordnung. Die ist natürlich ökonomisch verheerend. Also wir merken ja, weder sind die Schulden getilgt, sondern sie werden größer und der wirtschaftliche Niedergang der Südländer ist enorm. Sie ist in hohem Maße unsozial und erhöht in einem dramatischen Ausmaß die Verarmungsprozesse in ganz Europa und sie ist im Kern autoritär. Und ich glaube, dass wir da einen Gegenentwurf brauchen, wo vielleicht etwas zu lange dauert, den Auszug führen, aber deswegen schlagwortartig eher, der unter drei Schlagwörter gestellt werden müsste, nach dem Handelverhalten umverteilen, regulieren und demokratisieren. Ich glaube, wir müssen erstens sagen, den ganzen Schulden, wobei da geht es ja nicht um die Schulden der Staaten, sondern um die Zerschlagung der Staaten, sondern es geht ja im Kern um die Zerschlagung der Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa. Also stören tut ja quasi das wohlfahrtsstaatliche Element, nicht die Rüstung, auch nicht andere Sachen, sondern die Polizei, dann zerschlagen werden soll ja der wohlfahrtsstaatliche Teil des Staates. Und wir müssen da ganz klar sagen, dem steht gegenüber eine ungeheure Ausdehnung des Reichtums, konzentriert in wenigen Händen, wie wir das noch nie erlebt haben, und dieser Reichtum ist teilbar. Unter diese Frage Umverteilen oder Reichtum ist teilbar, kann man verschiedene Elemente setzen. Da geht es sowohl um die staatliche Umverteilung, wie auch zwischen Löhne und Kapital. Beides muss umverteilt werden, zugunsten der Löhne und zugunsten der Sozialstaatlichkeit. Der zweite Punkt, regulieren, das hat mein Vorredner auch schon angesprochen, glaube ich, kann man auch in das Volksbewusstsein anknüpfen, dass die Banken das Finanzkapital gerade so weitermachen können, wie gehabt. Es ist nichts reguliert worden, keine Steueroasie, trockengelegt, kein Hedgefonds verboten, nichts, glaube ich, dass das trotz allem ein tiefer Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung ist, dass es gemacht wird. Deswegen müssen die ganzen Regulierungsforderungen bis hin zur Vergesellschaftung der Banken und in Investmentgesellschaften müssen praktisch offensiv auf den Tisch gelegt werden. Ich persönlich bin absolut der Meinung, dass eine öffentliche Kontrolle des Finanzsektors ohne Vergesellschaftung der Banken nicht möglich ist. Und dann muss es auch gehört, glaube ich, zusammen. Der dritte Punkt heißt demokratisieren. Ich glaube, dass man diesem autoritären Ansatz, der da praktiziert wird, also dieser autoritäre Durchgriff oder autoritäre Stabilisierungspolitik, einen eigenen Demokratiebegriff, entgegensetzen soll. Der wird sicher nicht so weit gehen, dass hier gerade eine sozialistische Bewegung in Gang ist, aber er muss Elemente davon beinhalten, also Formen der direkten Demokratie, der Entmachtung quasi der Märkte und der Finanzmärkte und quasi der Bemachtung oder Ermächtigung direkter Demokratieformen der Bevölkerung. Dazu gehört auch in hohem Ausmaße der öffentliche Sektor, weil das natürlich eine absolute Enddemokratisierung ist, wenn die Gesellschaft nicht mehr über die Energieversorgung, über die Telekommunikationsversorgung, über den Nahverkehr, über die Bildung entscheiden kann, weil es alles in privater Hand ist. Also gehört zur Demokratisierung absolut die Rekommunalisierung oder Rückvergesellschaftung öffentlichen Eigentums und die generelle Ausdehnung des öffentlichen Sektors, der öffentlichen Naseinsvorsorge und dementsprechend auch eine Demokratisierung unter Kontrolle dieses öffentlichen Sektors. Das halte ich für eine Schlüsselfrage, weil das auch dazu führt, dass Elemente von Markt und Wettbewerb zurückgedrängt werden, zugunsten quasi eines Elementes der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und das auch verbunden ist mit einer Demokratiezunahme, wie umgekehrt, dass Diktat und Märkte per se quasi eine Enddemokratisierung herbeiführen. Vielen Dank. Das klang alles richtig als während der Übereinstimmung da. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist. Also du sagst gegen die knallharte Fiskalpolitik und Bernd sagt, Hegemonie der knallharten Fiskalpolitik ist das, was wir gerade da haben. Dagegen gehen wir vor. Dennoch sind ja doch im Hintergrund, glaube ich, schon Unterschiede, wenn du sagst, das Risiko des Staatsbankrotts ist das größte Risiko. Das heißt, und dann sozusagen empfiehlt es gegen dieses Risiko eine stärkere Integration, Transferunion, was ja dann bedeutet, auch, dass mehr öffentliche Mittel natürlich sozusagen woanders hinfließen, um die Gläubiger zu befriedigen. Da scheint mir doch noch was aufzudiskutieren zu sein, und auch sozusagen wie das dann in der Kommunalpolitik ankommt. Ich will also nochmal die Frage an euch alle stellen, Schuldenschnitt oder Schuldenbremse? Was ist jetzt der richtige Weg in dieser Sache? Also mit Schulden draußen wurde ein Flugblatt verteilt, und da wird Chance für einen deutschen Staatsbankrotts geworden. Ich glaube, das war der Arbeiterbund. Also das ist natürlich sozusagen die radikale Forderung, und die hat sehr viel für sich. Man muss, glaube ich, schon auch damit richtig die diskutieren. Und da würde ich euch alle drei nochmal fragen. Ist das nicht die richtige Forderung, zu sagen, Schuldenschnitt, Staatsbankrott oder in diese Richtung? Jedenfalls nicht Anerkennung. Heute Nachmittag wurde ja das Audit der Schulden diskutiert. Also man muss im Einzelnen prüfen, ob die Schulden legitim sind oder nicht. Eigentlich müsste es ja heißen, ob die Finanzvermögen, die diese Schulden darstellen, legitim sind oder nicht. So ist, glaube ich, die richtige Formulierung dieser Sache, oder wäre die richtige Formulierung. Dennoch kommt sie mir ein bisschen, sozusagen, das Ganze auch schön mäßig, und das geht dann mit Donk schieben und so weiter, und erst mal prüfen und so. Da ist es doch wahrscheinlich, angesichts der Tiefe der Krise, vielleicht doch etwas besser zu sagen, nicht Anerkennung. Ganz einfach. Ja, wir haben ja hier im Gewerkschaftshaus oder vor dem Gewerkschaftshaus eine schöne Ruhe stehen, die ist da sehr symbolisch hier. Die haben wir in der ganzen Auseinandersetzung, die Schulden haben sie hier schon bedient. Da steht da drauf, dass wir etwa 7,6 Billionen an privaten Geldvermögen haben, Geldwertenvermögen, und etwa 4,6 Billionen davon gehören dem Euro. Das ist ein Zehntel in dieser Gesellschaft. Das unsere Zehntel ist auch beschrieben, hat also etwa 13 Milliarden Euro an Schulden. Das ist sozusagen die Verteilung. Und wenn ich mir angucke, was an öffentlichen Verschuldungen da ist, dann sind es etwa 2,1 Billionen, die die öffentliche Hand, Kommunen, Länder und der Bund an solchen Schulden aufgehäuft haben, Anführungen. Das eine Schulden sind das andere Reichtum, das ist sozusagen die Verteilung, ist in der Halb der Generationen, weil man uns immer wieder vorgemacht hat, dass wir jetzt so ungerecht gegenüber unseren nachkommenden Generationen seien, wenn wir weiterhin Schulden machen, in Anführung. Das geht ja um Investitionen, die wir tätigen müssen. Und das sind ja auch die Dinge, die im Grunde genommen in der europäischen Politik eine zentrale Rolle spielen. Wenn solche Dinge wie Marshall-Plan diskutiert werden für Griechenland oder in der passive Wirtschaftspolitik gefordert wird, wie jetzt im französischen Wahlkampf eine große Rolle spielt. Und zwar nicht nur auf der linken Seite, sondern interessanterweise auch bei Ruh oder selbst Sarkozy, der hin und wieder darauf kommt, dass man im Grunde genommen investive Politik macht. Die investigen Möglichkeiten wären da, wenn man im Grunde genommen, und da bin ich bei der Vokabel, den Schuldenschnitt tatsächlich mit den Banken durchzieht. Ich denke, da wird man nicht drumherum kommen, denn das, was an Verteilungssituationen setzt, sich auch weiterentwickelt. Also der neoliberale Kern der Politik hat ja nicht aufgehört zu existieren in der Krisensituation, sondern im Gegenteil. Ich nehme wahr, dass sehr stringent im Grunde genommen, auch mit undemokratischen Methoden, diese Politik jetzt umgesetzt wird. Ob man in Griechenland eine neue Regierung macht oder in der Kommunalpolitik in Hessen dafür sorgt, dass die Bürgermeister halt beschließen, dass die Gebühren erhöht werden müssen und dass die Unverteilung vor allen Dingen die trifft, die es am nötigsten haben in der sozialen Integrationspolitik. Das sind die Positionen. Die Frage ist, wie wir ein Kräfteverhältnis herstellen können, das tatsächlich zu solchen Entscheidungsprozessen dann sich durchringen kann. Ich setze im Augenblick nicht auf Sozialdemokratie und Grüne, dass sie sich dort antassen, auch wenn sie über den Steuerspitzensatz mal ein bisschen nachdenken und den wieder auf 49 Prozent. Wir hatten immerhin bei Helmut Kohl eine Situation auch von 53 Prozent. Wir hatten auch schon mal einen bei Adenauer von 95 Prozent. Man muss das mal wissen, oder historisch, dass man solche Überlegungen durchaus mal wieder laut machen kann, damit man tatsächlich Strategien entwickelt, wie denn eine solche Politik auch umgesetzt werden kann. Sonst bleiben wir beim Lamentieren. Der politische Punkt ist ja für uns zu überlegen, wie kann man eine Kräftekonstellation hinbekommen, die dann tatsächlich einen solchen erforderlichen Schuldenstädter noch durchsetzt. Und an dem Punkt bin ich natürlich noch skeptisch, dass wir diese Kräfteverhältnisse jetzt im Augenblick schneller entwickeln können, als sie uns nicht mehr werden. Nein, nein, nein. Was folgt daraus? Was folgt daraus? Du bist skeptisch, ob man das jetzt richtig macht. Nicht richtig, ob man die Kräfte... Nein, nein, die Forderung kann man erheben. Die Frage, ob wir das Kräfteverhältnis in der derzeitigen Situation so umkehren können, weil Peter hat ja gesagt, dass wir auf einem guten Weg seien, die Kräftekonstellation in dieser Republik zu verändern. Das sehe ich auch im Augenblick nicht werden. Ich sehe nicht, dass die Sozialdemokratie und auch die Grünen einen solchen offensiven Kurs für einen Schuldenschnitt und die Verstaatlichung oder die Vergemeinschaftung der Banken wirklich anpacken will. Diesen Punkt sehe ich nicht. Ich glaube, vor den Altären des Kapitalismus wird jede Sozialdemokratie wieder einknicken und die Hoffnung, dass das sozusagen in einer bündnispolitischen Konstellation stattfinden wird, wie habe ich ihn, das wurde ich da gesagt. Also ich sage mal, muss man sehen, Schulden sind nicht Schulden und ein Schuldenschnitt unter bestimmten Bedingungen ist etwas anderes als ein Schuldenschnitt unter anderen Bedingungen. Japan hat seit über zehn Jahren 200%-Quote von Schulden und kann damit leben, ist nicht in einer existenziellen Krise, im Gegensatz zu Griechenland. Und wenn man dort einen Schuldenschnitt machen würde in Japan, wen würde das treffen, im Wesentlichen, nicht nur, aber im Wesentlichen, die Sparer in Japan, einfach deswegen, weil die Struktur der japanischen Schulden so aussieht, dass das vor allem Verschuldung im Inland ist, bei den eigenen Sparern. Und deswegen ist ein Schuldenschnitt unter diesen Bedingungen überhaupt nicht toll und keine gute Lösung und keine emanzipatorische Lösung. Es gibt nämlich verschiedene Methoden, dann auch mit den Schulden umzugehen. Ich will mal ein Beispiel nennen, wie ein Schuldenschnitt stattfindet in Großbritannien. Großbritannien hat eine Inflationsrate von 5% und einen Zinssatz von, ich glaube, einem halben Prozent. Das heißt, in Großbritannien wird auf diese Weise der Finanzsektor beteiligt an der Tilgung der Schulden. Das ist jetzt kein Plädoyer von meiner Seite dafür, eine gleiche Strategie einzuschlagen. Ich will nur darauf hinweisen, dass es undifferenziert ist und unangemessen ist, bei diesem Thema in solchen groben Kategorien zu operieren, wie die Schulden und der Schuldenschnitt als die Lösung. Hierzu kommt, dass der Schuldenschnitt, jetzt um auf das Beispiel Griechenland zu kommen, ja ohnehin bereits stattgefunden hat, bis zu einem gewissen, gerade in dem letzten Package für Griechenland war ein solcher Schuldenschnitt drin gewesen. Dass der dann wieder kompensiert worden ist, auf anderen Seite ist wieder ein anderes Thema, aber Schuldenschnitt per se bedeutet überhaupt noch nicht. Was viel wichtiger ist, ist die Grundfrage, die sich stellt, nämlich, wie kann man die Abhängigkeit der öffentlichen Finanzen von den Finanzmärkten reduzieren? Das ist nämlich das Grundproblem. Und hier hat sich, und dass das wünschenswert ist, glaube ich, war man hier gar nicht weiter zu diskutieren, aber dorthin zu kommen, zu jenem Punkt, sich von den Finanzmärkten tatsächlich unabhängig zu machen, das ist ein komplizierter und schwieriger Prozess. Wenn Griechenland heute unilateral einen Schuldenschnitt macht und sagt, wir bezahlen nicht, Punkt aus, fertig, wird Griechenland die nächsten 20 Jahre auf das Niveau eines subsaharischen Landes herabsinken, weil es, es sei denn, die EZB würde ihn retten, aber das wäre ja in diesem Fall nicht gegeben, das Land abgeschnitten wäre von jeder externen Finanzierungsquelle und sozusagen gewissermaßen autark sich wieder zusammenarbeiten müsste. Deswegen ist ein unilateraler Schuldenschnitt für Griechenland eine einzige Katastrophe. Eine andere Frage ist, ob man einen Verhandelten sozusagen im Einvernehmen in einem geordneten Insolvenzverfahren, wie das ja auch im Mikro-Bereich der Fall ist, bei uns im Insolvenzrecht, wenn eine Firma pleite geht, ob man in einem geordneten Insolvenzverfahren dahin kommen kann, dass das nicht zu einer einzigen großen Katastrophe für eine Volkswirtschaft geht. Und dazu gibt es ja nun Überlegungen, so etwas zu machen, wie ein Insolvenzrecht für Staaten. Das ist erst im Anfang, aber es wäre eine Option. Kurzum, um auf die Frage zu antworten, Schuldenschnitt ist eine Strategie, die in bestimmten Konstellationen funktionieren kann, vor allem dann, wenn sie sozusagen verhandelt ist und wenn sie eingebettet ist in ein Maßnahmebündel, das so etwas verhindert wie den totalen Absturz. Wir haben ja im Grunde eine Erfahrung, auch aus der deutschen Geschichte mit diesen Schulden. Dort hat in den 20er Jahren hat die Reichsbank versucht und das Deutsche Reich versucht von den Schulden, von den Auslandsschulden, die es als Volk des Versailler Vertrages hat, herunterzukommen, indem es Geld gedruckt hat mit den entsprechenden Konsequenzen, die das hatte. Wenn man abhängig ist wie eine solche kleine Ökonomie wie Griechenland von den internationalen Finanzmärkten, kann man erst dann wieder souveräne für Politik machen, wenn die Macht dieser Finanzmärkte in gleichem Maße zurückgefahren wird. Im Grunde nichts anderes als das Grunddilemma der Globalisierung, das wir seit 15 Jahren kritisieren. Nämlich, dass der Transnationalisierung der Finanzmärkte nicht im gleichen Maße nachfolgt, die Fähigkeit der Politik, diese Märkte zu kontrollieren und zu regulieren. Es ist ein Geist aus der Flasche gelassen worden, jetzt sind wir in der Situation, Herr, die Not ist groß, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Versuche zur Reformierung und zur Regulierung des Finanzsektors so schwierig und so kompliziert sind. Ich sage es mal ein bisschen zugespitzt, auch ein Bundeskanzler Lafontaine mit einem Finanzminister, Lukas Zeise, würde die Finanztransaktionssteuer nicht schneller und besser durchsetzen als der Scheuble. Auf vielen Gründen, über die wir im Gleichen in der Diskussion noch reden können. Es ist also nicht nur die Interessenlage, der Einfluss des Kapitals, der da ist, sondern es gibt aufgrund der Globalisierung und zweitens aufgrund der Komplexität der Governance-Strukturen in der EU einen neuen Typus von Problemen, die man nicht einfach so mit den eigenen Rezepten in Erkunft bekommt. Das führt uns dann zum nächsten Thema. Jetzt aber nochmal, erlaube mir, dass ich das doch, also mit Lafo als Bundeskanzler würde ich als Finanzminister das hinkriegen. Das würde ich also schon ganz sicher, da bin ich mir ganz sicher. Kurz, da kann ich ja mal so sagen, aber man kann eine Umsatzsteuer auf Finanztransaktionen sehr wohl auch einfach selbst in Deutschland alleine durchführen. Natürlich kann man das machen. Die Frage ist dann, was es bringt, aber es gab in der Bundesrepublik zu Kurzzeiten eine Dorsen-Umsatzsteuer, die tatsächlich auch gewisse Einnahmen gebracht hat. Also das, glaube ich, ist sozusagen die Sache künstlich verkomplizierend. Das wäre eine kleine Lösung. Bitte? Das wäre eine kleine Lösung. Ja, es ist eine sehr kleine Lösung. Die Finanztransaktionssteuer löst ja das Problem nicht, das wir haben. Da sind wir uns einig. Aber ich will bloß den Typus-Argument, wir kriegen es gar nicht hin oder wir können es nicht, das scheint mir ein ganz grundsätzlich falsches Argument zu sein. Ich würde sagen, es fehlt der politische Wille, es zu tun. So würde ich gerade im Fall von Schäuble und Frau Merkel, würde ich da ganz heftig darauf bestehen, dass das so ist. Und deswegen fand ich, der Vergleich Raff und Zeiser hat mich da so richtig, natürlich. Ein zweiter Punkt, den ich einfach machen möchte, ist, bei einem Finanzschnitt oder bei einem Staatsbankrott oder Finanzschnitt, natürlich leiden die Sparer, es leiden alle die, die Geldvermögen haben. Das ist sozusagen die Ausgangssituation, in der das ist. Nun ist es so, dass auch in Japan oder auch in jeder Gesellschaft natürlich die Leute mit dem größten Finanzvermögen dann auch am meisten leiden. Die Leute, die weniger Finanzvermögen, sondern mehr Immobilien und Produktivvermögen sozusagen, Kapital haben, die leiden da weniger. Interessant ist natürlich dann, wie gestalte ich es aus. Das Beispiel Währungsreform 1948 ist ja auch eines. Natürlich haben da sozusagen die alten Kapitalisten, die haben das damals den großen Vorteil gehabt, aber andererseits, die Finanzvermögen hatten, die sind damals dann auch doch sehr stark enteigen worden. Es ist sehr wohl möglich, das auch so zu konstruieren, dass die kleinen Finanzvermögen verschont werden und nur die großen getroffen werden. Das geht. Man kann es durchaus machen. Ja, in der Klinikzei natürlich machen wir das. Aber ich würde gerne mal auf den Zusammenhang, also man muss ja ein bisschen die Ursachen dieser Schulden beleuchten. Und da würde ich mal sagen, wir reden ja immer auch praktisch über Lösungsansätze oder Ansätze, Lösungen unterhalb quasi der Abschaffung des Kapitalismus. Natürlich gehört zum finanzgetriebenen Kapitalismus gehören die Schulden. Ich meine, wenn Sie auf der einen Seite das ganze Geld einsammeln durch die Konzentration ungeheurer Vermögen, muss es auf der anderen Seite Schulden geben. Sonst bleiben Sie ja auf Ihrem Vermögen ehrlich gesagt sitzen und können mit dem gar nichts machen. Also die Schulden quasi und insbesondere jetzt auch die Staaten sind natürlich das Gegenstieg quasi des ungeheuren Ansammlungs über die Finanzmärkte von gesellschaftlichem Reichtum. Und wenn man die Schuldenfrage angeht, muss man die Reichtumsfrage angehen. Also man muss quasi das Minimum ist unzuverteilen, aber im Prinzip muss man es natürlich grundsätzlicher angehen. Aber beim Weiterbestehen der Verteilungsrelationen, wie sie sind, würden sich die Schulden sofort wieder ansammeln, auch wenn man einen Schnitt macht. Also ich muss quasi an die Vermögensfrage ran, nicht mal an die Regulierungsfrage. Der zweite Punkt der Schulden ist natürlich die Konstruktion des Euro. Ich meine, wenn ich einen quasi rein monetären Wirtschaftsraum kreiere, es gab ja praktisch bei den Maastricht-Verträgen kein Kriterium, alle müssen einen gemeinsamen Mindeststort haben, einen Mindeststeuersatz, bestimmte soziale Standards oder ähnliches. Und sie sind ja rein monetäre Kriterien formuliert worden, die quasi für Geldstabilität für die Vermögensbesitzer sorgen sollten. Und wenn ich aber quasi eine einheitliche Währung habe, bei sehr unterschiedlicher Wirtschaftskraft und Produktivität, dann produziere ich natürlich die Schulden mit, also es ist ja klar, wenn Deutschland praktisch aufgrund von einer ungeheuren Wirtschaftskraft, einer günstigen Lohnentwicklung, einer günstigen Produktivität, permanente Defizite erzeugt der anderen Länder, dann muss es quasi bei den anderen Ländern, kann es nur zu zwei Dingen führen. Also entweder sie fragen dieses Defizit über die Verschuldung, was sie ja auch eine Zeit lang gemacht haben, und oder sie bauen eben ihre Löhne und Sozialleistungen ab, was jetzt im Prinzip der zweite Schritt ist. Also da würde ich jetzt mal dir recht geben, die ungleichen Wirtschaftsverhältnisse, die ja eigentlich in der Natur des Kapitalismus auch liegen, also es ist ja nicht so, dass es da eine höhere Vernunft gibt, die zum Ausgleich drängt, sondern sie drängt ja zum Gegenteil, ist natürlich eine Dauerursache der Verschuldung bei einhalb der Währung, weil die Länder können nicht abwehren, um sich quasi zu schützen. Das hat man auch gewusst. Ich glaube auch, dass das einen Sinn gibt, insbesondere für das deutsche Kapital, oder dass das eine Basis ist, um quasi auf die Weltmärkte zu gehen, und man in Kauf nimmt teilweise die Zerstörung auch der Wirtschaftskraft in Europa. Aber wenn man dieses Problem nicht bewältigt, wird natürlich die Verschuldung der anderen Länder, ist ein zwangsweit Gebeuge davon. Und die dritte Ursache, darf man natürlich auch nicht vernachlässigen, natürlich hat die Bankenrettung alle Regierungen Billionen Euro gekostet. Also meine Kenntnis ist allein in Europa 1,6 Billionen, weltweit 5 bis 6 Billionen, das hat natürlich die Staatsverschuldung letzten Endes in die Höhe getrieben. Und zu keinem einzigen Zeitpunkt ist dieses Geld wieder zurückgeholt worden. Also geschweige denn, dass man sich dieses Vermögen gesichert hat. Und da bin ich schon der Meinung, also natürlich muss man, man merkt ja, alle diese Maßnahmen führen dazu, dass die Länder bloß noch mehr Schulden haben, weil diese Mechanismen weiterwirken. Und es gibt sogar noch die Perversität, dass die Länder, die die meisten Schulden haben, auch die meisten Zinsen bezahlen müssen. Also und damit praktisch zwangsläufig nochmal ihre Schulden quasi erhöhen müssen. Ich meine, trotz aller aufgedrückter Sparmaßnahmen hat ja Griechenland dann vor dem Schuldenschnitt doppelt so viele Schulden wie vor den Sparmaßnahmen und nach dem Schuldenschnitt immer noch mehr Schulden, als sie praktisch angetreten sind in dem ganzen Prozess. Also da meine ich ganz klar, ohne Schuldenerlass geht es überhaupt nicht. Schuldenbremse ist natürlich das pure Gegenteil. Schuldenbremse heißt ja nichts anderes, als dass quasi die Wohlfahrtsstaatlichkeit, die öffentliche Daseinsvorsorge im Prinzip abgebremst wird. Und das werden wir in Deutschland in Kürze erleben, dass allein in Baden-Württemberg, hat der Finanzminister jetzt gesagt, fehlen quasi 20 Milliarden. Das ist eine Unzumme, um die Schuldenbremse zu erreichen. Das sind zwangsläufig quasi Kürzungen in den Länderhaushalten oder in den ganzen Haushalten vorprogrammiert, die natürlich dann ausschließlich die öffentliche Daseinsvorsorge und den öffentlichen Sektor betreffen werden. Also Schuldenbremse muss von uns generell abgelehnt werden. Da müssen wir fordern, dass die rückgängig gemacht wird. Ein Schuldenschnitt ist was anderes, aber ich bin der Meinung, wir müssen an den Ursachen der Schulden ansetzen. Und das heißt eben diese drei Dinge. Du musst den Reichtum angehen, Vermögens-, ziemlich radikale Vermögensumverteilung. Ich meine ehrlich gesagt, wenn ein Sozialdemokrat mit ernst zu nehmen, in Frankreich 75 Prozent fordert, Vermögenssteuer, also hinter das müssen wir nicht zurückgehen. Und die Frage des Euro wird nur haltbar sein, wenn es tatsächlich an wirtschaftlichen Ausgleich wird. Und das ist ein ganz harter Kampf, weil er praktisch absolut gegen die Vormachtstellung des deutschen Kapitals eintreten muss. Ganz kurz. Also Herr Finanzminister in Spähe, ich habe gesagt, dass du es nicht besser machen würdest als Scholz. Ich habe nicht gesagt, dass wir nichts machen sollen. Und zwar aus folgenden Gründen. Die Börsenumsatzsteuer war eine Geschichte zu einem Zeitpunkt, vor über 20 Jahren, wo der Finanzplatz London und die Liberalisierung auf der Finanzplätze in Frankreich, in Deutschland, überall in Europa, noch bei weitem nicht so weit fortgeschritten, weil das heute der Fall ist. Und unter diesen Bedingungen, eine Finanztransaktionssteuer zu machen, mit einer regulatorischen Wirkung, natürlich triffst du eine Steuer hin, wo du zwei Milliarden rausholst, aber mit einer regulatorischen Wirkung, die zum Beispiel den Hochfrequenzhandel eindämmt und zurückdrängt, die kriegst du nicht hin. Einfach deswegen, weil du dafür die großen Finanzplätze brauchst und weil du zweitens, wenn du das jetzt nicht nur für Deutschland machst und in Kauf nimmst, dass die Deutsche Bank nach London ausweicht, dann brauchst du eine europäische Lösung und diese europäische Lösung unterliegt zum Beispiel bestimmten Mehrheitsverhältnissen. Und wenn du nicht einmarschieren möchtest in London, dann musst du einen Konsens versuchen mit dem oder du musst aus der EU austreten oder was auch immer, solche Optionen gibt es, aber unter den gegenwärtigen Bedingungen der Internationalisierung und der Europäisierung ist es bedeutend schwieriger, eine solche Regulierung zu können. Das ist noch eine zweite Bemerkung zu Bernd Rixinger, zu den Schulden. Also die Ursachen von, man muss die Schulden mal entmystifizieren. Schulden sind nicht per se schlecht, auch in einer idealen Gesellschaft, die ich mir vorstelle, sagen wir mal, den demokratischen Kommunismus, wird es Schulden geben. Warum? Weil es auch im demokratischen Kommunismus Kredite geben muss. Warum? Weil es auch im demokratischen Kommunismus Investitionen geben muss. Das heißt also, die Prudelung von Finanzmitteln zu einem bestimmten Zeitpunkt für bestimmte Zwecke, für Kindergärten, für Schulen oder was man sonst im demokratischen Kommunismus mit dem Geld macht. So, das ist notwendig. Und woher kommen die Kredite? Kredite entstehen, das ist nur die eine Seite des anderen ökonomischen Vorgangs, nämlich, dass sich jemand sozusagen, dass sich jemand verschuldet und dass jemand anderes das Geld gibt. Das hat erstmal überhaupt nichts zu tun mit Verteilungsfragen oder Nicht-Verteilungsfragen. Und deswegen, finde ich, geht in dieser ganzen Debatte um die Schulden einfach viel zu viel durcheinander. Das ist eine Position, die du vertreten hast, die sozusagen aus der gesellianischen Schule kommt, die dieser Problematik von Kreditvergabe und Schuldenaufnahme einfach nicht gerecht wird. Deswegen also, die Schulden kann man nicht generell in dieser Weise mit Schuld und Schnitt oder als Böse oder sonst was behandeln. Man wird immer in einer komplexen Wirtschaft zumindest Schulden haben, Kreditvergabe haben. Das ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die ist zu bewahren. Eine letzte Bemerkung nochmal zu den Kräften verhältnissen. Ich möchte denen, die jetzt von der absoluten Hegemonie und dem Durchmarsch des Nebolismus gesprochen haben, entschieden widersprechen. Wir brauchen eine realistische Einschätzung der Kräfteverhältnisse und der Dynamik der Kräfteverhältnisse. Wenn man sich die Geschichte des Krisenmanagements ansieht in Europa, da hat die Bundesregierung zuerst gesagt, als die Griechenland-Krise losging, kein Pfennig, das war vor der letzten NRW-Wahl. Sechs Wochen später wurde das erste Paket geschnürt. Und sie haben den zugestimmt. Dann hieß es, Europäische Zentralbank darf kein Geld geben. Staat ist zurückgetreten, Weber ist zurückgetreten. Und was ist passiert? Es gab A, den Kauf von Bonds, zwar für den Sekundärmarkt, nicht unsere Ideallösung, völlig klar, aber es war eben auch nicht die Linie der Bundesregierung. Das, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, quantitative easing, also praktisch eine Billion geflutet auf die Erde. Alles Maßnahmen, die dem Statut und der reinen Lehre des Monetarismus widersprechen. Und die Bundesregierung hält den Mund, einfach deswegen, weil sie weiß, dass die Kräfteverhältnisse es ihr nicht erlauben, in dieser Situation offen diese Dinge abzuglocken. Sie lässt Draghi machen und in diesem Sinne kann man noch eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen haben, ich könnte das jetzt bei dem Thema Finanztransaktionssteuer oder Regulierung machen. Die Eliten versuchen es, oder Teile zumindest der Funktionseliten, sie versuchen, wieder etwas mehr Souveränität der Politik über die Finanzmärkte zu gewinnen. Und das kann man nicht bestreiten. Und, ja, ich weiß, muss man nüchtern feststellen, ob das so ist oder nicht. Und ich finde, es gibt genügend empirische Belege dafür, dass das stattfindet. Und wenn Schäuble das tut und dann tut es mir leid, er tut es halt, das ist dann halt so. Und da sollte man es aber jetzt nicht wegleugnen und sagen, der tut das gar nicht. Also, dass so ein bisschen verliebte Praxis ist. Das hat ganz viele neue Diskussionsthemen hier aufgebracht, aber die wollen, würde ich jetzt eigentlich nicht wirklich länger vertiefen. Über das Kräfteverhältnis, finde ich, sollten wir durchaus reden. Ich wollte auf das unser Verhältnis zur EU und zum Euro eigentlich noch mal das noch mal versuchen, explizit zu machen. Wir haben zunächst mal jetzt bei dem Schulden, beim Schuldenschnitt ist meiner, nachdem ich die Diskussion jetzt verfolgt habe, sehe ich, Willi und Bernd sind dafür, diesen Schuldenschnitt auch wirklich zu propagieren, weil, wie ich gar nicht richtig verstanden habe, ohne ihn keine Lösung der Krise vorstellbar ist. und du hältst das für falsch. So habe ich das richtig verstanden. Wir lassen diese Position jetzt mal auf diese Weise da. Was ist unsere Haltung zum Euro und zur EU? Das ist die zweite Frage, die ich, du hast ja schon dazu Stellung genommen, Peter, deswegen kommst du vielleicht am Schluss noch mal dran, Nämlich, du sagst, wir brauchen eine Vertiefung der Union und zwar durch eine Transferunion. Du könntest vielleicht nachher noch mal genau sagen, was du mit Transferunion meinst. Ich dachte, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass natürlich eine Transferunion, was heißt das, eigentlich gemeinsame Steuern in der EU, also ein gemeinsames Steuersystem in der EU, um den Euro zu erhalten, um die Fliehkräfte, die durch den Euro entstehen, sozusagen, die wirklich einigermaßen einzufangen. Das wäre, sozusagen, ist das die richtige Forderung, mit der wir sozusagen, im Gegensatz, wir brauchen eigentlich gemeinsame Steuern in der EU? Nochmal die Frage, da wird er also der Bernd hat ja noch ein bisschen weitergehende Vorstellungen gehabt, es ging ja um die Entwicklung gemeinsamer Standards, das heißt, wir können nicht auch von unserer Seite aus den ganzen Blick nur auf die monetäre Entwicklung richten, sondern wir müssen natürlich diese Zusammenhänge noch mal deutlich machen. Der Mayer, das ist der neue Chefvolkswirt der Deutschen Bank, der hat das mal, ich finde, sehr plakativ, in einem Bild ausgedrückt. Der hat gesagt, wir haben immer gesagt, die Südländer, das sind Partygäste, die feiern ständig Batee und feiern da immer rum und wir, wie vor allen Dingen wir Deutsche, sind Koche und Kellner. Das geht aber nur so lange gut, wie die Partygäste Geld haben, denn sonst braucht man auch keinen Koch und Kellner mehr. Das ist sozusagen diese Überheblichkeit, die im Grunde genommen, wir sind die Exportweltmeister, wir liefern denen alles, aber wir brauchen natürlich von denen das Geld. Und wenn die dann nichts mehr haben, ist das ganz schwierig, weiter Exportweltmeister zu sein. Das Interessant war ja, dass wir den Griechen nochmal 270 Panzer verkauft haben, aber die hatten dann kein Geld mehr, die Munition zu kaufen, was ich dann auch schon ganz richtig fand. Das ist schon mal ein bisschen nach den Gedanken. Aber der Punkt ist sicherlich die Debatte, die wir hier auch in Hessen ganz stark haben, weil natürlich der Finanzplatz Frankfurt darf nicht gefährdet werden, das ist sozusagen das Obligo, das wir jeden Tag im Parlament zu hören bekommen, dass also dieses unter gar keine Umstände geschehen darf. Es gibt eine Regierungsvorlage, eine gemeinsame FDP, die EU, die das im Grunde genommen aber feststrahlt. Und alles das, was an europäischen Initiativen, auch an gemeinsamen Steueransätzen da passiert, also es gibt so eine Vorlage, die aus der EU kommt, die Umsatzsteuern anzupassen, Standards zu entwickeln, Kategorien zu bilden, auch mal herauszufiltern, wo soll denn diese Steuer anfallen, wer soll die einnehmen, all solche Dinge sind ja in der Debatte, das wird hier bei uns ganz rigoros abgelegt. Also das ist ziemlich eindeutig, da ist auch die SPD noch dabei, das zu schützen, weil natürlich der Finanzplatz Frankfurt darf nicht gefährdet werden. Aber wir sollten nicht alleine auf die Finanzfrage fokussieren. Ich denke, wir brauchen Ansatzpunkte einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik, das hat Peter ja auch am Anfang schon mal gesagt, dass wir solche Standards brauchen, die was mit Lohnentwicklung zu tun haben, die was mit Arbeitszeiten zu tun haben. Wir haben die Rentendebatte in Frankreich jetzt wieder neu, wo immerhin auch Hollande der Auffassung ist, dass man mit 60 in Rente gehen kann. Also solche Dinge sind genauso wichtig wie die Frage auch, wie können wir industrielle Produktion so in Europa verteilen, dass tatsächlich nicht einer der Weltmeister ist, sondern tatsächlich alle im Grunde genommen ihre Produktivkräfte und ihre Intelligenz und ihre Kreativität auch so einsetzen können. Das heißt natürlich einsetzen können, damit tatsächlich eine gleichmäßige Entwicklung in Europa stattfindet und dann wären die nationalstaatlichen Fragen auch nicht mehr eine so dominante. Also ich habe ja nach wie vor das Problem, wenn ich in meine zweite Heimat nach Frankreich komme, dass ich immer auch mit Le Pen noch zu tun habe in dem Umfeld in einer Größenordnung, die tatsächlich dominant ist. Das ist hier Gott sei Dank in dieser Größenordnung nicht der Fall, aber wir werden sehen, wie das in Griechenland sich entwickelt. Wir werden sehen, wie das in Spanien sich entwickelt, ob nicht nationalistische Kräfte eine ganz andere Bedeutung wieder gewinnen. Also wir brauchen eine europäische Situation, die weggeht von der Konkurrenzsituation, von dem Konkurrenzdenken. Und das, meine ich, ist der wesentliche Standpunkt, den Linke einnehmen müssen, dass wir eine tatsächlich egalitäre Entwicklung in Europa anstellen. Ja, vielleicht noch mal zu den Schulden. Natürlich weiß ich, dass Schulden nicht per se negativ sind. Über die Schulden haben wir auch gar nicht geredet. Ich meine, natürlich muss, wenn eine öffentliche Hand eine Schule finanziert oder eine Brücke oder eine Straße, die mehrere Generationen benutzen, das nicht eine Generation abzahlen. Natürlich sind da Schulden sinnvoll, ja, weil sie auch quasi dann Investitionen in die Zukunft sind. Insofern lösen wir uns da schon vom Bild der schwäbischen Hausfrau. Aber hier geht es ja um Schulden, wo praktisch sowohl die Wirtschaft als auch die Staaten im Kern niemals aus dieser Schuldenfall herauskommen können. Wenn du 14% Zinsen zahlen musst, wie die Griechen, und quasi das gesamte Vermögen muss zur Schuldentätigung auch gebracht werden, dann geht es nicht mehr auf eine Schulden, denen Investitionen oder wirtschaftliche Leistungen gegenüberstehen, sondern da geht es um Schulden, die dich praktisch umbringen. Und das sind, also über die Schulden reden wir ja jetzt die ganze Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Das zweite, der Versuch der Regierungen die Souveränität über die Finanzmärkte zu erzielen. Also wenn ich es richtig verstehe, spekulieren gerade die Finanzmärkte ziemlich organisiert wegen Spanien und treiben die in die gleiche Situation wie Griechenland. Spanien muss jetzt auch schon 6% und mehr Zinsen bezahlen und die gehen gar sehr in die gleiche in die gleiche Entwicklungslinie ähnlich bei Portugal und ich kann ehrlich gesagt nicht die Souveränität erkennen, sondern im Kern ist die EU diesem Prozess relativ hilflos ausgeliefert. Sie macht folgendes, sie gibt irre viel billiges Geld an die Banken mit 1%, in Hunderten von Milliarden Größen, einerseits um diese Spekulation, um diese Spekulationserwählung und den Finanzmärkten zu sagen, wir bringen immer noch mehr Geld auf wie ihr, wenn ihr gegen uns spekuliert und andererseits punkten, die natürlich genau das ganze private Bankenwesen wieder mit Geld auf, was nichts anders passiert, als dass eigentlich die nächste Finanzblase schon wieder produziert wird. Darin kann ich ehrlich gesagt keine große Souveränität der Regierungen gegenüber den Finanzmärkten erkennen, sondern ich würde es eher umgekehrt sagen, anfangen mit diesem Begriff von Urban der autoritären Stabilisierung, man versucht praktisch die Regierungspolitik aller Länder durch eine harte Autoritätspolitik an die Bedürfnisse quasi dieses Finanzkapitals anzupassen und zwar auf Dauer, also mit wenig eigenen Spielräumen und da müssen wir uns über die Analyse schon nochmal gründlich unterhalten, ich kann auch nicht erkennen, wo irgendwo eine Regulierung stattgefunden hätte, also in den letzten Jahren, also in irgendeinem Bund, wo irgendwelche Geschäfte nicht mehr gemacht werden können. Letzte Anmerkung, wir müssen uns natürlich schon darüber unterhalten, an wen sich unsere Forderungen richten, also machen wir quasi eine Beratung der Regierungen, wie sie sich jetzt in Europa aushandeln könnten oder sind unsere Forderungen quasi Mobilisierungsforderungen an die Bevölkerung in Europa zur Herstellung quasi demokratischer und sozialer Verhältnisse, das ist ein großer Unterschied, glaube ich, also und mein Bemühen war quasi Forderungsrichtungen zu entwickeln, die quasi die Mobilisierungskraft der Bevölkerung entstärken, weil ich in hohem Maße überzeugt bin, dass nur durch diese Mobilisierung der Bevölkerung überhaupt eine Änderung quasi der Regierungspolitik erzielt werden kann. So, müssen wir quasi in sich logische Forderungen entwickeln, die geeignet sind, aufgegriffen zu werden oder die schon aufgegriffen werden und die andocken an die Widersprüche und die Lebensrealität der Menschen und insofern bin ich absolut für eine gemeinsame Steuerpolitik, die aber, das ist ja jetzt wieder die Einschränkung, wenn wir gerade jetzt eine Wirtschaftsregierung hätten, europäische, wäre sie oberautoritär und würde genau in die andere Richtung gehen. also wir müssen schon die Forderungen gemeinsamer Steuerpolitik mit gemeinsamen sozialen und ökologischen Standards verbinden und mit der Demokratie fragen. Wenn wir quasi jetzt nur ökonomisch sehen, also wenn wir nur ökonomische Ökonomismus praktisch machen, geht das Ding glaube ich in die völlig falsche Richtung. Vielen Dank. Ich beharre leider doch nochmal drauf auf diese Frage der Steuern innerhalb der EU, das nochmal zum Thema zu machen. Weil es doch die Frage betrifft, welche Haltung haben wir zu dieser EU, wir können glaube ich nicht einfach mit dem Allgemeinen mitschwimmen, ja das ist was Gutes, das ist ein schönes Projekt. Was bedeutet das denn, wenn die EU im Wettbewerb die EU Konstitution so wie sie ist, einen Wettbewerb der Staaten darum beginnt, wer die niedrigsten Steuern für das Kapital anzubieten hat. Das macht natürlich die EU zu einer Organisation von Staaten, in der die Reichen natürlich immer reicher werden und die Schwachen immer schwächer werden und sozusagen das Ganze aber darauf hinaus läuft, dass die Verhältnisse immer unsozialer werden, dass diese Art von Steuer Vereinbarung in der EU nicht stattfindet. Gleichzeitig ist natürlich die Kapitalverkehrsfreiheit auch garantiert, sodass die Reichen in Griechenland ihr Schäfchen schnell pünktlich ins Trockene bringen können. Und dann andererseits entsteht hier zu Lande der Vorwurf, ja, wir dürfen keinesfalls natürlich irgendwelche Griechen unterstützen, die sind faul und die sind selber daran schuld, dass sie ihr Geld in die Schweiz bringen. Das ist sozusagen die Frage, die hat die EU überhaupt noch eine Chance, dass wir sie wirklich unterstützen können? Lohnt es sich für dieses Euro-Projekt solche Forderungen aufzustellen oder ist die Sache vergebens? Ist es eigentlich so von den Kräfteverhältnissen her, dass wir sagen müssen, das klappt nicht? Wir kriegen einen Steuerstaat, eine Währungsunion überhaupt ermöglichen würde, eine gemeinsame Staats- Transferunion, wie du sagen würdest, das kriegen wir nicht hin. Und das sagt das, was im Augenblick im Prozess der Finanztransaktionssteuer passiert. Und das ist genau die neue Herausforderung. In der Bundesrepublik eine Steuer einzuführen, ist vergleichsweise einfach. Wenn du das in der EU machst, brauchst du im Augenblick Einstimmigkeit, Konsens. Und es ist nicht nur Großbritannien, es ist auch Tschechien, es ist auch Schweden, die gegen diese Steuer sind, es ist auch die Niederlande dagegen. Und dieses Problem anzugehen, da bedarf es eben eines langen Atems. Und es ist nun einmal so, dass Schäuble, ich habe nicht gewählt, ich werde auch nie wählen, das ist gar nicht der Punkt, sondern mir geht es darum klarzumachen, dass wir diese Entwicklung bei den Funktionseliten erkennen müssen, wenn wir wirklich effizient sozusagen Einfluss nehmen wollen. Und er versucht das, das ist ein interessantes Phänomen und muss das tiefer analysieren. Er tut das übrigens auch bei einem anderen Ding. Er hat unilateral vor einem Jahr oder anderthalbem Jahr ungedeckte Lehrverkäufe verbucht. Es gab einen wilden Ausschreit, selbst aus der Sozialdemokratie. In der Sache war das eine sehr gute Entscheidung und inzwischen ist es so, dass eine Dynamik entstanden ist, dass auch in der EU jetzt ungedeckte Lehrverkäufe, dass es ein besonderes Spekulationsverfahren verboten wird. Das heißt, es ist alles etwas komplizierter und langwieriger und komplexer geworden, innerhalb Europa so etwas zu machen. Aber zu deiner Grundfrage zur Eben. Ich bin der Meinung, dass ökonomische Integration eine Grundtendenz in der Geschichte ist, die angefangen hat, von der Sippe über den Stamm zum Vodalländchen bis hin zum modernen Nationalstaat und dass dieser Prozess weitergeht und dass er nicht mehr bei uns weitergeht, sondern auch woanders weitergeht. Parallel die EU ist sicherlich das Beispiel, wo das an avanciert ist. Das nehmen wir Lateinamerika, Alba, Kuba, Venezuela, Bolivien und andere machen ökonomische Integration. In Ostasien sind solche ökonomischen Integrationsprozesse im Gange und sie werden, selbst in Afrika wird das probiert und das ist eine Tendenz, von der ich grundsätzlich denke, dass sie positiv ist und dass man sie begrüßen sollte und dass man sie unterstützen sollte. Aber selbstverständlich ist das Projekt EU in den letzten 20 Jahren seit der Etablierung des gemeinsamen Marktes und mit den Maastricht-Verträgen und erst recht durch die Konstruktion des Euro in einer Weise geschehen, die hier die Privilegierten, die Reichen, die Konzerne und so weiter einseitig bevorteilt hat. Diese Form von Integration ist nicht gut und wir sollten uns für eine andere Form von Integration einsetzen, aber was wir nicht tun sollten, ist zu glauben, dass wir zurück sollten und könnten zum Nationalstaat und dessen Handlungsmöglichkeiten, die sie in den letzten 100 Jahren existiert haben. Denn, so neoliberal diese EU ist, so schlecht die Kräfteverhältnisse sind, wenn wir es auf die Bundesrepublik übertragen, sind sie dann besser? Ist dann, wenn wir auf Frankreich, auf all die anderen EU-Länder nicht mehr Rücksicht nehmen müssen, sind dann die Kräfteverhältnisse besser? Sind die Klassenkämpfe dann milder? Ist die Ausbeutung dann sozusagen verschwunden? Oder was auch immer das überhaupt ist. Das ist doch eine große Illusion zu glauben, dass ich an den Kräfteverhältnissen, dass ich am Charakter des Kapitalismus irgendetwas ändern würde, wenn dieser Kapitalismus nur noch im nationalstaatlichen Rahmen stattfände. Ja, das sage ich unbedingt, dass die Frage der Nationalstaatlichkeit nicht unsere Perspektive ist, hat ja schon mal ein ganz berühmter Mensch geschrieben, 1848, dass die Arbeiter kein Vaterland haben. Also das ist sicherlich auch so eine Leitidee, die man nach wie vor wachrufen muss. Unser Problem besteht aber darin, dass wir zu schwach sind bisher sehr in der Bündelung der Kräftekonstellation. Wenn ich nach Frankreich komme oder nach Griechenland, dann sagen die mir, wo seid ihr eigentlich in der Solidarität mit uns. Das ist sicherlich so eine Auffälligkeit, dass wir auch die internationale Kooperation des Widerstandes oder der Aufklärung in einem Maße haben, der nicht der Situation entspricht, der nicht sozusagen dem Widerstandsgeist, den die Spanier oder auch die Griechen dort an den Tag legen, wenn es in Europa eine solche Bündelung der Kräfte gäbe, hätten wir eine andere Konstellation und würden natürlich auch, was die Fiskalpolitik angeht, andere Erfolge durchsetzen können. Ich glaube schon, dass also gerade, wenn man jetzt nach Frankreich guckt, in diese Präsidentschaftswahlen und die anschließenden Legislativwahlen, dass sich da möglicherweise die Kräfteverhältnisse tatsächlich etwas verschieben können. Das hoffe ich sehr, dass das passiert. Am 6. Mai wird, glaube ich, in Griechenland, dass man sich das zwar noch mal genauer angucken muss, aber es gibt im Grunde genommen auch durch die Aufklärung und ich hoffe durch die Europäisierung, wir hatten immerhin Ende März ein großes Treffen noch mal in Brüssel, wo die Rodimente oder die Elemente der Sozialforumsbewegung, aber auch gemeinsam mit Gewerkschaften und der Linkspartei den Versuch machen, einen europäischen Gipfel wieder zu installieren, wo man zu europäischen Gemeinsamkeiten kommt. Ich glaube, das kann eine Dynamik entwickeln, wenn man tatsächlich als Gegenposition auch eine gemeinsame europäische Widerstandsbewegung, Sozialbewegung wieder hinkriegt, die dann auch den Druck auf die nationalstaatlichen Regierungen und auch auf die Bundesrepublik verändern könnte. Ich hoffe jedenfalls darauf, dass aus dieser Auseinandersetzung tatsächlich eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse dann möglich wird, aber ich glaube nicht, dass wir derzeit hier in der Bundesrepublik alleine in der Lage wären, eine solche neue Kräftekonstellation herbeizuführen. Ich glaube, wir sind auch auf diese Internationalität in Europa angewiesen und ich verspreche mir da einiges davon, dass wir in dieser internationalen Kooperation auch wieder eine neue Dynamik nach uns hier in der Bundesrepublik rangehen. Ich stelle fest, dass das eigentliche Ziel der heutigen Versammlung nicht ganz geglückt ist. Also wie du das gefasst hast, wo sind unsere Parolen? Ich hatte natürlich mehr an sowas gedacht. Wir sind auf die Straße gegangen, als die Finanzkrise war frisch und jung war, da sind wir auf die Straße gegangen unter der Parole. Wir zahlen nicht für eure Krise. Das war eine absolut richtige, eingängige und aber natürlich auch relativ vage Parole, die leider sind... Es gab dann zwei richtig große Demonstrationen mit diesem Mörder und noch einige Aktionen. Das war eigentlich sehr gut. Und dann haben wir noch kein Jahresvergang festgestellt, dass wir schon für die Krise gezahlt haben. Also das war leider... Das war die richtige Parole und dennoch haben wir es nicht weiterführen können. Ich hatte... Ich stelle dir immer noch vor, dass das, was du sehr abstrakt formuliert hast, als in welche Richtung es gehen muss, müssen wir schon auch ein Stück... Es muss ein bisschen konkreter sein, so eben wie das mit den Sparkassen. Das Problem mit den Sparkassen, der Forderung der Sparkassen und der Trennung von Investmentbanken und normalen Finanzbanken, das ist halt natürlich so ein Teilproblem. Aber Attac hat ja mit dem wirklichen Teilproblem der Finanztransaktionssteuer auch 20 Jahre, sind es fast 15 oder jedenfalls doch richtig was auf die Beine gestellt. Einigermaßen was auf die Beine gestellt. Man kann damit anfangen. Wahrscheinlich ist das deswegen gar nicht so falsch. Ich wünsche euch einen schönen Einweg. Und der ganz kurze Werbeblock in der nächsten Zeitenschaft Luxemburg wird sich nur dem Thema Lippe-Strategie in der Orgokrise widmen. Also wenn ihr mal reinschauen wollt, darfst du nicht verpassen. Bis. Ich wünsche euch noch ein paar Fragen. Ich wünsche euch noch ein paar